Sequenzierung Mithilfe der DNA-Sequenzierung kann die Basenabfolge eines DNA-Strangs bestimmt werden. Hierfür müssen vier verschiedene Lösungsansätze vorbereitet werden. Diese vier Gemische enthalten die vier Basen der DNA, nämlich Adenin, Zytosin, Thymin und Guanin. Zusätzlich enthält jeder der vier Ansätze eine der vier Basen in modifizierter Form. Hier im Beispiel ist es die mit dem Einfahrtverbotenschild gekennzeichnete gelb gezeichnete Base Adenin. In allen vier Reaktionsgefäßen läuft dann die sogenannte Polymerase-Kettenreaktion, kurz PCR, ab, die die vorhandene DNA vervielfältigt. Die hier orange dargestellte Polymerase fährt dazu am DNA-Strang entlang und kopiert diesen, indem sie die passenden Basen einfügt. Wie im wahren Leben kann hier nämlich nicht jeder mit jedem. Nur A und T oder G und C passen zusammen und können sich gegenüberliegen. Es entsteht ein neuer, sogenannter komplementärer DNA-Strang. Wird zufällig eine der modifizierten Basen in die Kette eingebaut, bricht die Reaktion ab. Die Base versperrt den Platz für die nachfolgende Base, sodass hier die Kette nicht fortgesetzt werden kann. Um die DNA zu vervielfältigen, läuft die PCR wiederholt ab, sodass unzählige Kopien der DNA entstehen. Der Einbau der modifizierten Basen erfolgt hierbei zufällig, sodass DNA-Ketten unterschiedlicher Länge entstehen, die im jeweiligen Ansatz immer auf die gleiche, nämlich die modifizierte Base, enden. So enthält das gelbe Gemisch nur DNA-Ketten, die auf die modifizierte gelbe Base, Adenin, enden, das rote Gemisch nur Ketten, die auf Thymin enden, das blaue auf Zytosin und das grüne auf Guanin. Die vier verschiedenen Lösungen werden auf ein Gel aufgetragen und mittels Gel-Elektrophorese der Länge nach aufgetrennt. Kürzere DNA-Stränge wandern schneller durch das Gel als längere und erreichen zuerst das Papier am Ende des Gels. Mit der Zeit erreichen nach und nach alle DNA-Ketten den Papierausdruck für jeden der vier getrennten Ansätze. Da in jedem der vier Ansätze die unterschiedlich langen DNA-Ketten immer auf die gleiche Base enden, kann man bei Betrachtung der Banden aller Basen die Sequenzen des zu untersuchenden DNA-Strangs bestimmen. In unserem Beispiel befindet sich die kürzeste DNA-Kette in Kammer 1, in der alle hier gelb dargestellten DNA-Ketten auf Adenin enden. Für das angegebene Beispiel lautet die Sequenz A, T, G, C, C und so weiter. Wie bereits zuvor erläutert, wird bei der PCR die Basenabfolge nicht 1 zu 1 kopiert, sondern es lagert sich die jeweils passende, komplementäre Base an die Ursprungsbase an, also Adenin an Thymin, Thymin an Adenin, Guanin an Zytosin und Zytosin an Guanin. Der ursprüngliche DNA-Strang hatte demzufolge also nicht die Basenabfolge A, T, G, C, C, wie in unserem Beispiel dargestellt, sondern setzte sich aus deren komplementären Basen T, A, C, G, G zusammen. Aufgrund der immer gleichen Paarung von A mit T, G mit C und umgekehrt kann vom komplementär erstellten Basenstrang auf die Basensequenz der zu untersuchenden Ursprungs-DNA geschlossen werden. Die Methode hat ihren Namen nach ihrem Erfinder Frederick Sanger erhalten. Neu entwickelte Untersuchungsmethoden arbeiten mit elektronischen Detektoren anstatt mit Papier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017